Hier bei Bassum dreht sich alles um Humus. Nein, nicht dieser Humus. Dieser Humus. Hergestellt bei der AWG in Bassum. Und hier in der Region schätzt man nicht nur unseren Qualitätskompost, sondern auch viele weitere Produkte für Ihr Zuhause. Wie unsere torffreie Blumenerde, die Defolter Krume. In der kalten Jahreszeit sorgt unser hochwertiges Kaminholz für gemütliche Stunden. Wir bieten auch viele Mulchmaterialien an. Zum Beispiel Holzhackschnitzel. Okay, Spaß beiseite. Das alles hier aus der Region. Und aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Erhältlich sind unsere Produkte auf den vier Wertstoffhöfen der AWG Bassum im Landkreis Diepholz. Und im regionalen Handel. Oder ganz einfach online. Wasu. Qualität aus der Region.